Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum dritten Adventsfenster. Und auch heute dreht es sich wieder darum, dass wir aus dieser wunderschönen Box Fragen ziehen. Wir haben ja jetzt die Zeit da hintereinander nicht so Fragen gehabt, wo ich richtig überlegen muss, was ich sage. Und ich habe hier immer, ich fülle immer nach, schreibt weiter eure Fragen an. Ich habe in den anderen Videos immer Kommentare gesagt. Aber schreibt einfach Hashtag Adventskalender und dann schreibt halt eure Frage. Und wie gesagt, schreibt fleißig weiter und dann habe ich immer hier die Box voll bis oben hin. Und ich würde sagen, auch heute ziehe ich mal wieder eine. Wir mixen das nochmal ein bisschen durch. Und ich ziehe jetzt einfach mal irgendeine wieder hier raus. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das eine ist oder ob das... Okay, eins. Ich bin mal gespannt. Und Janis Brüning fragt Hashtag Adventskalender, als was möchtest du später mal arbeiten? Oh ja, okay, da reiß ich jetzt gerade mein Kopf wieder runter. Ja, das ist eigentlich eine richtig gute Frage. Der kann ich mal wenigstens beantworten. Also die Kamera fokussiert mich gerade immer, soll sie aber nicht. Egal, sie fokussiert gerade nicht. Ja, als was möchte ich später mal arbeiten? Ja, also ich bin ja, wie vielleicht viele schon wissen, so kleiner Technikfreak, der sich halt mit Technik auskennt. Und naja, ich werde wahrscheinlich sowas in der Richtung machen. Also ich weiß noch nicht, wo ich mein Praktikum mache. Also ich wollte mein Praktikum eigentlich vielleicht bei irgendeinem Radiosender machen. oder halt vielleicht bei einer Firma, wo man Computer zusammenbauen lassen kann oder sowas. Weil Technik, das mag ich jetzt halt. Ich bin jetzt halt nicht so einer, der immer auf Fußball steht. Ich hingegen sei halt, ich hasse Fußball. Und naja, ich denke mal, dass ich so in der Richtung halt mir was aussuchen werde. Ich weiß es aber auch noch nicht. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das irgendwie Richtung, ich weiß nicht, Veranstaltungstechnik kann es natürlich auch gehen. Gerade hier die Sachen, die ich alle habe. Ich schätze mal, das ist so von Veranstaltungstechnik bis Radio bis Computertechnik, würde ich sagen. Oder einfach Computertechnik so nebenbei als Beruf, sage ich. Also jetzt nicht als Beruf, sondern so als Hobby. Wenn einer dann irgendwie mal Computer zusammenbauen möchte oder irgendwas, dass ich das dann halt mache. Ja, das würde ich so eigentlich, also da würde ich halt so später mal gucken. Und das, also die Frage ist, als was möchte ich so später mal arbeiten? Da würde ich jetzt halt doch, könnte ich jetzt auch noch nichts so genaues zu sagen, als was ich später mal arbeiten möchte. Aber ich schätze mal wirklich so von der Richtung Veranstaltungstechnik bis Computer, Zusammenbau, Technik, Programmierung, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, das war heute eine richtig gute Frage, wo ich mal wenigstens was hier zumachen muss, wo ich überlegen muss. Entschuldige, ich muss doch kurz hier wieder ein paar Fragen zu machen. Und naja, solche Fragen habe ich natürlich ganz gerne, wenn ich selber länger nachdenken muss, was ich wirklich antworte. Schreibt eure Fragen unter Hashtag Adventskalender weiter, fleißig. Und naja, ich hoffe, euch hat dann das Video heute gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und es wäre schön, wenn ihr auf den Abo-Button klicken würdet. Und dann sehen wir uns spätestens morgen um 19 Uhr wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Tim.